Der Rannen bei Coburg ist alle Jahre ein tolles Event. Zweiten Mal dabei. Stammgäste, die können gar nicht mehr anders. Das hat einen ganz besonderen Reiz. Ich gehe mal davon aus, dass das einer der Gründe ist. Zuerst erfolgt der neutralisierte Stadt der Radfahrer. 10 Minuten später starten die Läufer. 10 Minuten später starten die Läufer. 4, 3, 2, 1, go! 4, 3, 2, 1, go! Nach etwa zwei Kilometer Laufstrecke treffen sich die Läufer und Radfahrer. Ab dort können sich Läufer und Radfahrer beliebig oft abwechseln. Also ich auch fast bei keinen Läufer. Das ist eine gute Unterhaltung. Ja, ja, das kann es glauben. Sturm hat alles gut. Uns begleiten bald wieder die beiden Besenradfahrer Harald und Christoph, weil wir ja letzter werden wollen. Mit den anderen ist das doch gar nicht so schön wie mit uns. Ja, nein, doch nicht. Weil es heute sehr heiß ist, gibt es zusätzliche Trinkstellen. Dieren filmisch. Haben wir letztes Jahr ja schon gemacht. Das sind ja immer die edlen Spender hier. Besten Dank. Jetzt haben die Jungs auch mal irgendwas tun müssen. Weichei hat absteigen müssen. Ja? Du Weichei. Ja, das habe ich mir vor gerade eben acht wieder. Tollwetter. Tollwetter. Also hier gibt es Kühlung. Hier hat man auch Stau. Musik Schirr. Sie sind bei der Geschichte, die Zauberstadt. Look, was ist wichtig? Nur man wollte die Zauberstadt durch Trink ب guidedhequote. Wir haben gerade clayt voz aire zum 입니다 verunden. Auch das kann man kleine hängen. Was ist das? 3,5 dec. Hier holen wir ein Team ein, das leider später aussteigt. Etwas Kultur muss sein. Was, wie mein Nichtletzter? Meine fremde Person auf der Straße. Hast du vorhin so viel Bier getrunken oder wie? Nein, den ersten Tag. Nun geht es den langen Anstieg bis zur Coburger Feste hoch. Es sind schon diesmal zwei von der Sonne dabei, einer frecher als der andere. Die Coburger Feste im Abendlicht. Genau, spiel mal was auf. Oh, darf ich das jetzt machen? Die sind netzer. Die sind ja noch nicht so. Warte, dann mal. Schau, schau. 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 Langsam geht die Sonne unter. Das Stück hier gefällt mir immer besonders gut, geht so leicht bergauf, angenehm und durch den schönen grünen Wald. Quellwasser gibt Kraft. Kurz vor dem Zieh gibt es noch Campari. Also jetzt wird extra für unser Campari gemixt, wo wir jetzt mal filmisch fotografieren. Also wir sind jetzt total getobt. Die Zeit? Gabi und Marina wurden dritte in ihrer Altersklasse. Der Doppelsieg! Nun feiern wir noch bis 2 Uhr morgens. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.